So, wir schauen kurz bei Johnny Papaya rein, Technorex. Danke für den Firmwand, für die Erinnerung. Johnny Papaya hat damals den Red Bull Stream gemacht und hat angeblich ein sehr, sehr gutes Video rausgeballert. Ich würde sagen, wir schauen da mal ganz kurz rein. Let's go, der Hase. Und danach nochmal bei Reportagen und dann rein in die Masse. Das ist Johnny Papaya, genau. Oh mein Gott. Frenzy Bomb, verteilt. Oh, baby. Die Kurzfassung. Ich habe mich bei Red Bull beworben. Ich bin von Red Bull nach Leipzig eingeladen worden und habe mit denen den Tag verbracht. Ich doopte mit Revi Stream. Und das sind die Highlights. Moin. Moin, Meister. Moin, Meister ist riesiger. Na, das ist Johnny Papaya, genau. Papaya. Richtig, Johnny. Ich habe einen Lückenstich. Das kann doch nicht sein. Was haben wir für einen Monat? August ist nicht, ne? Woher? Woher? Ja, weiß ich nicht. Alter, drei Facecams. Wie geil. Bestimmt irgendwie so eingeflogen. Jetzt habe ich bestimmt irgendeine... Lass nicht drüber reden, Alter. Aber mein Arm ist jetzt größer, weil er jetzt angeschwollen ist. Größer und taub. Das ist ein gutes Zeichen. Ja, Mann. Was ist die beste Waffe momentan? Die, wo vorne... Ja, starke Waffe. Starke Waffe. Ich glaube, ich habe heute 17 Red Bull getrunken. Gefühlt, ich glaube... Und das ist die Waffe... Oh, Nummer 18. Rein in den Kopf. Lecker. Aussetzung. Was du jetzt noch sagen musst, ist... Haben wir diese 17 Red Bull geschmeckt? Mega. Einer... Der erste ist immer der beste. Und der zweite noch besser als der erste. Bro, es geht... Es geht von da an geht es nur noch nach oben. Ich sage es dir, wie es ist. Leute... Es ist irgendwie nichts los, Alter. Du sagst, du bist hier aufgewachsen. Du kennst doch die guten Sports, Bruder. Ja, ich habe sie schon mal vorgebracht, die ganzen Nachbarskinder. Was soll ich sagen? Hat der gerade Code Trimax gesagt? Wir beenden das Video sofort. Braune Haare standen der Besser. PV aus Melanie. Wenn ich mir eine Glatze schneiden möchte... Dann mache ich das. Warte mal, warte mal, warte mal. Oh mein Gott. Let's go. Kann man das Ding fliegen? Nein. Wir holen uns den Lootrop, dann fliegen wir das Ding. Hast du einen Führerschein? Alles egal. Ich verstehe das nicht. Was ist das? Der Sturm ist im Stoß? Oh! Was glaubt ihr das? Was machst du? Ich habe irgendwas gedrückt. Du kannst nicht so schreien. Das macht mein Herz nicht mit. Ich sage es ganz ehrlich, steht dir der Wagen. Dankeschön, Bro. In meinem Lamborghini Teelelele. Sehr stark, sehr stark. Ich sehe dich auf jeden Fall mit einem Feature von Trimax, glaube ich. Ein Feature von Trimax. Zon, zon. Zon, zon, meine Freunde. Naja, wenn ihr wüsstet, was da... Was uns da noch erwartet. Dann fliege ich ihr Kniet vor diesem Wagen. Ich glaube, Trimax ist auch wirklich einer der besten Rapper out there. Highly underrated. Nein. Nein. Falsch. Rechtswohnung ist das Gegner. Ja, warte, warte, warte. Ich will den Wegschleudern mit meiner Sturmfähigkeit. Ja, ja, mach, 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 mach. Komm, trau dich, komm. Alter, habt ihr das gesehen? Hat nichts gebracht. Hat nichts gemacht. So starkes Spiel von mir. Let's go. Guys, das ist fucking mental. Ich bin ihn weg gewesen, Alter. 26 Stoß, 26 Kilo. Er hat hier einfach, einfach... Rechts von uns, rechts von uns auch. Also war ein auf jeden Fall ein ehrenhafter Spieler. Mit ihm kann man sehr gut... Maschine, Maschine einfach. Hier vorne ist das Gruselhaus. Nein, da darf ich nicht rein, da kann ich nicht schlafen. Komm. Verlaufen sich mein Sohn. I'm low in the shape, boy, you. Push and pull, I go magnet. Wie, ähm... Tim Garl. Ja. Bruder, das wird eine aktive Friendly Bomb. Friendly Bomb. Fortnite. Snipe, komm, snipe ihn. Boah, Junge, oh, guck mal, wie wir da gespielt haben. Wie stark wir waren. Snipe ihn, sonst mach ich ihn tot. Ich hab 6 Millionen DPI, ich schwöre. Jetzt komm. Oh, Baby. Der Victory Royal. Ja, Leute, da schaltet ihr auf jeden Fall gerne mal vorbei. Hier, wallah, morgen Stream wird angeguckt. Ich habe es gesagt. Johnny Papaya, Ehrenbruder. Hat sehr viel Spaß gemacht mit dir zu streamen, bro. Kuss auf dein Auge, danke für deinen Support. Und vielleicht sieht man sich ja nochmal bei Red Bull.